Lederrüstung harnisch. Verschweißt, Raderrüstung linker Arm. Mit den Lederrüstungen und so weiter habe ich das irgendwie noch nie ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ah, mit dem Voltanzug geht das okay. Dann belassen wir es doch lieber erstmal mit dem Voltanzug. Sieht hier sehr interessant aus. Wir sind jetzt unsere Werte dadurch. Schutz 3. Also Schutz 5 haben wir jetzt insgesamt. Schutz 22. Ja, dann lassen wir das. Das ist doch ganz interessant. Würde hier gerne wieder rausgehen. Wir haben hier mehr als genug Zeit drin verbracht. So. 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 Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück nach Hause. Probieren mal aus, was wir so verbessern können. Und ja. Weil das war schon ein kleines Abenteuer jetzt erstmal. Würde sagen, das reicht fürs erste mit Abenteuern. Ja. Zumindest für eine kurze Zeit, dass wir wieder erstmal jetzt hier bei der Wohnung und so weiter weitermachen können. Und ja. Ich weiß nicht. Die Morbusraten haben wir gerade echt den Rest gegeben. Okay. Schauen wir mal. Ja. Hier. Neue Verschlusssorten. Wie sonst was. Ähm. Hier einer mit viel Schaden mehr. Das gehärtete Verschluss. Ja. Dadurch wiegt es dann ein bisschen mehr. Aber es ist schon ziemlich lohnenswerter. Wir schauen uns erstmal den Rest an. Wir haben einen kurzen Lauf. Können den verlängerten Lauf machen. Der bewirkt, dass wir mehr Reichweite haben. Und zwar um einiges. Standardgriff haben wir. Achso. Das ist nicht unsere Pistole. Okay. Bevor wir da jetzt irgendwas dran gemacht hätten. Das wäre. So. Ähm. Genau. Super. Danke dafür. Ähm. Den Komfortgriff haben wir schon. Magazin können wir nichts verändern. Leuchtvisier haben wir. Und hier können wir auch nichts verändern. Ich denke, der gehärtete Verschluss ist tatsächlich das Beste, was wir jetzt machen können. Unser Material. Ja. Verlängerten Lauf können wir jetzt nicht mehr machen. So. Weg damit. Weg damit. Den Kreuzschüssel lassen wir. Ja. Weg damit. Weg damit. Nein. Weg damit. Und weg damit. Damit haben wir jetzt eine etwas bessere 10mm Pistole. Warte. Warte. Können wir noch. Mit Klinge. Wie sieht das denn aus. Wow. Das sieht cool aus. Das sieht mega cool aus. Schade, dass wir keinen Kleber mehr haben. Können jetzt aber ganz kurz noch mal unseren Schrott hier ablegen. Extras können wir nicht dran machen. Ja. Leider nicht. Aber. Mal hin. Mal hin schon mal etwas. Ähm. Laborstationen können wir die schon benutzen. Aber nicht. Steht da nur dumm rum. Vielleicht können wir noch was kochen. Ja. Hier. Eichhörnchen am Stiel. Köterkeule. Mauwurfsratten hatten. So. Schon mal ein bisschen was zu essen. Was haben wir sonst noch so dabei. Ich würde am liebsten jetzt erstmal eine Kiste vielleicht bei uns zu Hause deponieren. Damit wir unser ganzes unnötiges Zeug da erstmal ablagern können. Bis wir irgendeinen Händler oder sowas haben. Wo wir das denn abgeben können. Hier sowas. Einfach einen gerne hier hinstellen. Aber irgendwie will das Spiel nicht. Na. Gerade eben ging es doch noch. Hier. Irgendwo hier war das. So. Der Trick ist die ganze Zeit A zu drücken. Transfer. Ähm. Mein Inventar. Was wir ablegen könnten. Wäre schon mal einer der Eheringen. Den brauchen wir nicht unbedingt. Werde mitgestellt. Okay. Gammler Outfit. Brauchen wir gerade auch nicht. Gelber Trenchcoat brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Und so weiter. Die ganzen Modifikationen. Die brauchen wir erstmal auch nicht. Den Rest. Ja. Meine Hilfsmittel. Hier vielleicht noch was. Wohl nehmen wir erstmal alles mit. Aber. Das was ich abgelegt habe. Das brauchen wir wirklich nicht. Gut. Äh. Weiter geht's. Würde ich mal sagen. Ja. Begrüßen wir mal den Hund. Wohl eine Sache können wir noch vorher machen. Ich kenne noch ein geheimnis Versteck hier in der Nähe. Das würde ich gerne noch looten. Das würde ich gerne noch looten. Da können wir nämlich eine Magnum 44 finden. kreieren. Oh. Wow. Wow. Das zielen fällt mir jetzt schon ein bisschen besser. Also. Die geht schon ein bisschen besser. Dank dem Visier. Aber. Auch noch nicht so ganz. Okay, die können wir damit nicht töten. Dafür sind wir, also dafür ist die Waffe wohl noch nicht so ganz gut konzipiert, um so einen großen Gegner damit zu erlegen. Können es ja weiterhin probieren, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Aber durch die halbe Map werde ich jetzt das Ding nicht jagen, nur soweit wir auch müssen. So, das war hier irgendwo in der Nähe. Da hinten war es, glaube ich. War das das? Ne, das war es nicht. Wir können es ja trotzdem kurz looten, wenn wir schon mal hier sind. Da hinten, das war das. So. So, hier, Magnum 44, 5 Kugeln, Aluminiumdosen, Fleisch und Bohnen, H-Box, leere Milchflasche, noch eine Schanker, Redaway, Redaway, Redex, aufbereitetes Wasser, schick, schick. So, die Magnum 44 ist meine absolute Lieblingswaffe, das ist die Munition. Ähm, hier, das ist meine absolute Lieblingswaffe, leider finden wir zu dem Stand noch nicht sonderlich, weil ab dem Stand hier noch nicht sonderlich viele Munition für das Ding und 5 Kugeln ist halt ein bisschen wenig, außerdem sieht die am Anfang noch nicht so geil aus, also sobald man die dann mit einem besseren, ähm, was war das denn, mit einem besseren Lauf und so weiter ausrüstet, sieht die auch um einiges besser aus, bis dahin bleiben wir jetzt erst einmal bei der 10 Millimeter. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Ist noch ein Raiderlager. Das könnten wir eventuell versuchen, mal auseinanderzunehmen. Ich würde nur erstmal ganz kurz gerne neu speichern. Gut, hier ist eine Patrouille. Ich verwechsel das Wettz immer mit Nahkampfangriffen. Einen haben wir. Kein einziger Treffer, schön. Sollte mal auf Abstand bleiben, der hat nämlich eine Schotze. Wieso treffe ich den nicht? Sieht ihr das? Okay, Hilfsmittel. Trinken lieber was. Das ist jetzt so, als wollte er nicht treffen. So. Okay. War denn nochmal die erste Leiche? Ich glaube, also, es müssten jetzt drei Leichen sein. So, einen haben wir hier. Schrotpatrone, doppeläufige Strohflitte. Strohflitte, Rüstung, Gurtzeug, nehmen wir alles mit. Hier genauso. Gut, aber wo war denn die letzte Leiche nochmal? Habe ich gerade irgendwie vergessen? Muss ich ehrlich zugeben. Wow, ein paar tote Mäubusraten. Das waren ja drei Raider. Ach, hier. Gut, durchsuchen wir das Lager mal genauer. Bierflasche. Wasch mal mit. Ah, der wurde ziemlich ausgenommen. Tal Eimer. Ob sie nicht noch sowas wie eine Truhe oder sowas irgendwo haben? Oh, wir müssen hier jetzt Zeug untergebracht haben. Ah, der Red Hush, den wir verfolgt haben. Hat's wohl auch nicht weit gepackt. Das kann's doch nicht schon gewesen sein, oder? Hm. Täuscht mich jetzt schon ein wenig. Ich dachte jetzt, dass wir hier ein bisschen besseres Loot finden. Aber wir haben wenigstens eine neue Waffe. Nehmlich die doppeläufige Schrotflinte. Äh, die packen wir mal bei Favoriten nach oben. 14 Schuss haben wir für das Ding schon mal. Ist nicht schlecht. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Munition verschossen. Kleidung haben wir noch gefunden. Nämlich linker Arm. Nehmen wir mal. Linkes Bein. Noch ein linkes Bein. Aber das andere, was wir schon ausgerüstet haben, ist besser. Sturmmaske bringt uns einen Schutz und 15 Schutz gegen, ähm, gegen Strahlung. Das hört sich auf jeden Fall besser an als ein, also, ja, als ein Intelligenz, glaube ich. Das nehmen wir mal. Ähm, Schadensresistenz 2. 1 zu Energie 2 und schade, das, was gibt uns der linke Arm. Nehmen wir lieber den hier. Ja. Lässt, also kann man, kann man machen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Schutz. Das ist schon mal ganz gut. Will ich jetzt erst mal wieder zurück nach Hause gehen. Wir können auch direkt hier eigentlich nach Hause. Äh, dass ich so selten sprinte, liegt übrigens daran, dass ich hauptsächlich auf Überleben spiele, privat. Und daher das Sprinten ziemlich ungünstig ist. Wie kurz entwänglich vom Level ab? Noch ein Stückchen. So, wenn wir schon mal hier dabei sind, dann können wir hier schon mal ein bisschen aufräumen. Geburten Häuser und so weiter wenigstens schon mal wegräumen. Ja, poppen wir alles weg hier. Kann man alles eigentlich gar nicht mehr so wirklich gebrauchen. So, kann auch weg, kann auch weg. Hm. Haben wir wohl übersehen. Gut, damit hätten wir das dann auch erst an. Nein, das wollte ich nicht. So. Wir haben das jetzt ja auch erst mal ausgeräumt. Okay, ähm, ja. Transfer. Erst mal den ganzen Schrott hierher bringen. So, dann können wir erst mal die Impro-Pistolen und so weiter verwerten. Können wir noch nichts machen, außer den Komfortgriff. Das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was, wenigstens. Obwohl, den einen Kleber können wir vielleicht auch sinnvoller einsetzen. Nee, kommen wir nicht. Oder? Für die Klinge brauchen wir zwei doppeläufige Schrotflinte. Würde ich dann lieber auf den gehärteten Verschluss sparen. Ähm. Ja, verbessern wir mal die Magnum schon mal mit dem richtigen Griff. Das ist ziemlich ätzend, dass wir so wenig Kleber haben bisher. Aber immerhin schon mal ein bisschen was. Können wir was kochen? Wir haben ja ziemlich viel Fleisch gefunden. Reddish können wir immerhin machen. Köterkeule. Und Morvus-Hatten. Das war's. Und sonst können wir auch nicht viel zu machen. Ja. Okay. Irgendwie erstmal schlafen. Dann schließe ich schon 4 Uhr nachmittags. 12 Stunden sollten reichen. Okay. Ähm. Was können wir... Warum ist es eigentlich so dunkel? Wo haben wir denn noch mal? 3 Uhr. Oh. Ähm. Schlafen wir noch mal 2 Stunden? So, was können wir denn ablegen? Das können wir mal ablegen. Leichte Kleidung. Raider-Leger. Leger vor allem. Raider-Leder. Ähm. Die Brille mit Fahrt zum Gestell haben wir die ausgezogen. Oder können wir die... Achso, wir können die jetzt wahrscheinlich nicht mehr tragen, weil wir... So einen Ganzkörper-Helm haben. Ja, Ganzkörper-Helm, genau. Ganzkörper-Helm, also so einen Helm mit Visier halt eben. Gott. Ähm. Oh, wir haben noch Schrott, den wir noch lagern können. Das war's. So. Schnell auch einen Schrott ablegen. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Damit würde ich an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Aufnahmesession von... Super. Das war die erste Aufnahmesession von Fallout 4. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.